Das Hochwasser Mitte September verursacht in Österreich große Schäden bei Privathaushalten und Unternehmen. Die Gesamtschadensumme wird von Supply Chain Intelligence Institute Austria, dem Institut für Wirtschaftsforschung und dem Complexity Science Hub auf rund 1,3 Milliarden Euro geschätzt. Davon entfallen 700 Millionen Euro auf private Haushalte, die vom Versicherungsverband ermittelt werden. Unternehmen verzeichnen Schäden durch Produktionsausfälle, beschädigtes Inventar, Lieferkettenstörungen im Wert von 300 bis 900 Millionen Euro, wobei ein Durchschnittswert von 600 Millionen Euro angenommen wird. Rund 900 Unternehmen sind betroffen, 676 davon stark. Schäden an der Infrastruktur, wie etwa bei den österreichischen Bundesbahnen, sind noch nicht vollständig erfasst, könnten aber den Gesamtschaden auf bis zu 1,8 Milliarden Euro erhöhen. Auch der Agrarsektor verzeichnet Verluste, die auf 14,7 Millionen Euro geschätzt werden. Investitionen in den Hochwasserschutz verhindern jedoch noch größere Schäden. Experten und Expertinnen betonen, dass Präventionsmaßnahmen wie Dämme und Frühwarnsysteme ihre Wirkung zeigen. Zum Vergleich, 2002 verursachen Überschwemmungen Schäden von 3 Milliarden Euro. 2013 sind es 0,9 Milliarden Euro. Trotz dieser Fortschritte kritisieren Ökonomen und Ökonominnen den aktuellen Katastrophenfonds, der bis zu 80 Prozent der Schäden in Niederösterreich abdeckt. Das sei ein fragwürdiges Modell, das Anreize vermindere, nicht in Risikogebieten zu bauen. Eine Versicherungslösung mit risikobasierten Prämien wird vorgeschlagen. Der Klimawandel könnte Extremwetterereignisse verstärken. Daher wird eine alleinige Prävention durch Dämme als nicht ausreichend betrachtet. Zukünftig müsse auch die Siedlungsstruktur angepasst werden.